Ich würde sagen... Ach, das ist ja noch was im Wald, ne? Hier. Ich würde sagen, ich gehe die Route und dann flatter ich zurück. Das erscheint mir sinnvoll. Ich stehe doch nicht im Weg rum jetzt. Ich muss hier durch. Wie komme ich denn überhaupt da hin? Ich muss nach Norden, ne? Da ist Norden, also muss ich irgendwie hier hoch. Warte mal, irgendwas ist da noch. In 45 Metern? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das sollte ich dann vielleicht zuerst wieder nehmen. Wo ist die denn? Unten oder oben? Ein bisschen weiter oben, okay? Oh, weiter willst du nicht. Okay. So, gucken wir doch mal. Da hinten irgendwo. Ich komme hier runter. Ohne mich zu verletzen, idealerweise. Ist sie da auf dem... Na ja, ne? Ja. Sehr schön. Gut, dann hätten wir die auch. Äh, M. Jetzt ist das aber das einzige hier in der Nähe, ne? Mal von denen hier abgesehen. Hier gibt's kein Heuballen. Na dann machen wir einfach mit dem Knöchel abrollen. Wunderbar. Oh nein, muss ich da jetzt wieder hoch? Das wär nicht gut. Ja, ihr könnt auch noch mal mit mir reden. Ich bin nicht taub. Typische Metalhead. Schon ganz taub. Von den ganzen Konzerten. Obwohl das ja nicht cool wär. Schön auf nem Metal-Konzert. Weiß ich nicht, von Arma Normaf oder so. Erst mal zwei Mönche sehen. Das hätte was. So, ein Zettel. Verdammte Axt. Jetzt muss ich ja wieder rennen. Na, weiter. Du bleib doch mal hier. Okay. Da haben wir einen neuen Tattoo-Entwurf. Und wir gehen jetzt nach da. Das ist genau hinter mir. Da irgendwo. Komme ich hier runter? Ja. Komme ich hier runter. Hm, das konnte natürlich... Oh. Knappe sein. Ich will doch da hin, Mensch. So. Gut, es geht voran. Dann, äh, Südestre ist dann eigentlich schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel? Wie viel haben wir denn schon? Ja, doch, ein Drittel. Ein Drittel geklirrt. Das ist doch schon nicht schlecht. Nach einer Stunde. Das heißt, ich könnte so drei Stunden einnehmen, sofern ich die meisten Sachen auf Anhieb hinkriege. Ich freue mich mehr darüber, als ich sollte. Wie sieht ihr die Gegend? Oh, Hunde! Und mehr, Alter, hier sind ganz schön viele Tiefel. Okay, 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 warte, warte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich denn auf der 4 habe ich das, ne? So. Warte, ich sehe hier gar nichts. Das ist ein bisschen neblig. Das ist doch ein Krieger. Und was hat der, Alter, was hat der für ne lange Waffe? Halt, dein Quatsch. Wiss nicht. Jetzt ist doch schon wieder ein Bär. Okay, das war okay. Das war, ja. Die Echse sind tatsächlich sehr gut. Ich glaube, ich werde sie erstmal ein Weilchen behalten. Warte, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, wäre es einfacher, erst nach hier zu gehen? In den Wald? Oder so? Ist ja egal. Ist, glaube ich, absolut egal. Ah! Oh, da ist einer, der... Ich muss mich in Acht nehmen. ...den Schatz besitzt. Und da hinten sind noch kleinere Trüben. Ja, ist ja gut. Woher hier? Nicht du, dein Kollege. Der Dicke kommt nicht, ne? Oh, er kommt doch. Jo, das war ja jetzt einfach. Dann muss ich hier ja gar nicht weiter rumdümpeln. Ich glaube, da ist nichts mehr, ne? Das da hinten sind ja nur so eine kleine Trüben. Dann gehen wir mal weiter. So, so viel EP bringen die ja auch nicht. Ich muss ja jetzt nicht alles kaputt machen. Und an den Krähen sehe ich schon, was mich da hinten erwartet. Entweder etwas Stinkendes oder, was ich eher vermute, ein Zauber, den ich wieder kaputt machen muss. Der Andrides-Welt. Das Bett der Riesen. Wo ist denn der Zauber? Ich würde mal behaupten, in den Brunnen. Das heißt, du kannst dir keine Fehler erlauben? Achso, weil es ja hier Gas drin ist. Ja, ja, wir kommen gleich wieder hoch. Moment. Hier ist ja gut, hier ist ja gut. Hier sind genug Pilze, die helfen. Und mehr haben wir hier gar nicht, ne? Ich meine, gut, ich hätte es mit Feuer wegmachen können. Hier hin und dann hier hoch. Dann wieder hier hin und dann hier lang. Das ist der Plan. Mal gucken, ob das so klappt. Hinter mir wird Krach gemacht. Oh, 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 oh. Muss ich hier auch gleich runter für den Schatz? Ja. Ich. Oh nein, bitte nicht. Jetzt muss ich hier schon wieder über so einen komischen... Nein, hä? Das geht ja gut los. Dann kann ich nur bis hier. Dann muss ich wahrscheinlich von hier aus werfen. Ja, über so einen komischen Lasterverkur wollte ich eigentlich sagen. Nein, nein, den da. Genau. Gut, das ist schon wieder sehr dunkel hier. Auch dies war nicht geplant. Egal, dann schwimme ich halt. Ich habe ja noch keinen explosiv fast in der Hand. Alles mit dem. Warte, was ist das? Das ist aus dem Opal. Es ist ein Opal. Ja, damit habe ich gerechnet. Wenn da schon so ein komischer Weg ist, der ungünstig aussieht, dann muss ich den ja auch nehmen, ne? Ist ja logisch. Gut, gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Dann müsste ich, wenn ich bis zum Ende komme, nur noch vernünftig werfen. Ich ziehe mal hier so hin. Ja, hat geklappt. Oh nein, Feuer, Feuer, Feuer. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. So, Höhle, Fackel. Muss ich unbedingt dran denken, damit man das auch noch sieht alles. Oh. Nach getrockneten, Tränen riechender Brief. Lieber Bischof von Canterverlberg. Canter, von von Kant. Ich schicke dir diesen Brief, da du Gott näherstehen musst als König Elphi, der mir seine Hunde auf den Hals gehetzt hat. Man beschuldigt mich des Diebstahls und des Freifels an meiner sächsischen Heimat, die ich so liebe. Wenn man anders ist, verschwört man, verschwört sich die ganze Welt gegen einen. Bitte bete für mich. Doch hat mich Gott nach seinen Bildern erschaffen, zerklüfteten Formen, wohnt eine Schönheit inne, die wir sterbliche Gerade erst zu begreifen begonnen haben. Die sind wie geborstene Lieder, die für Engelszungen bestimmt sind. Ich war hungrig und tat, was ich musste, um an der Pracht der Schafe auf dieser Welt teilzuhaben. Nun fing ich mich in einem gemauerten Festungskäfig und warte, dass er mich im Himmel willkommen heißt. Amen für diese grausame Welt. Der leicht erkennbare Beobirth. Die Dame, ne? Warum bist du leicht erkennbar? Ach so, das ist ein komischer Kopf, kann das sein? Na ja. Jetzt muss ich ja auch wieder hoch. Ach, dammit. Dann klettern wir auf das Tastenzeug hält. Warte mal nicht, warte mal. Mit Y konnte man vorne, hier, automatisch klettern. Schön. Okay, warte. Leertaste muss ich noch gedrückt halten. Aber ich kann zumindest in Ruhe was trinken. Okay, da geht's nicht hoch. Oh, er läuft noch immer automatisch. Das will ich aber nicht. Lass das. Das da hinten sieht aus wie eine Arena. Gibt's da ein Tier, den ich... Doch, ein Tierkampf oder so, den ich bestreiten muss. Kann das sein, dass da ein Bulle ist oder so? Ja. Das war zu offensichtlich. 5 drücken. Speichert. Wunderbar. Abgesehen aus. Ein Schlachtschwein. Der ist ganz schön aggressiv. Ach du heilige, die halten ja alle. Oh, 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 oh. Ich meine, ich muss euch sowieso töten, oder? Ja, jetzt ja. Lass das. Okay, also dieses Angriffsmuster ist noch ein bisschen, wo du gewohnt hast, wo du dich immer dann gewöhnt hast. Auf jeden Fall drehen die sich immer im Kreis. Dann greifen die an. Na, du haust ab. Kommt, es ist letztens. Das spielt mit. Wir haben alle Spaß hier. Ja. Au. Ich glaube, man muss irgendwo hinschießen. Nein, jetzt kommt der Große. Lass das mal. Au, 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 au. Okay. Wartet mal, Kollegen. Wartet, wartet, wartet. Au. Au, alter. So lang, komm. Okay, das bringt nicht so viel. Ich müsste gleich mal wieder Gift anwenden. Kann man einfach außerhalb meiner Kamerasicht. So unfair, gell? Geht weg, großer. Boah, von der anderen Seite. Ich bin schon wieder getroffen. Knausdauer, ich muss noch so warten. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Oh. 3 ist okay. 3 ist okay. Ja, gut. Das geht vom Schaden her. Bist du fertig? Okay, 13 Pfeile habe ich noch. Das ist jetzt eher nicht so viel. Oh. Okay, wir gucken mal, dass wir noch ein paar Pfeile von den hierhin kriegen. Hier ist eine schöne Giftwolke. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Okay, deine Spielkameraden sind weg. Und sonst bist du gar nicht so schnell, ne? Aber du bist ein bisschen nicht demnig. Das ist ja schon mal was. So, andere Seite noch. Kommst mit? Ähm. Hast du gerade einen Side-Step gemacht? Ach, daneben. Ja, jetzt. Ich glaube, es ist hier liegen. Okay, ich glaube nicht geliehen. Was macht der Dach? Hü! Lass das mal sein. Das ist ein Lauf. Okay, gleich dreimal an. Vier! Ui! Warte mal. Nicht kurz. Ich hau dir einfach mal auf den Deckel. Was macht er denn jetzt nicht? Das muss das mal sein. Was muss der Wendekreis nicht eng genug? Oh, das war ein ganz schöner Satz. Ah. Ich hab nur noch fünf Pfeile. Lass das mal. Ja, das stimmt. Das ist übrigens kein Schwein, ne? Das würde ich als Bulle bezeichnen. Aber gut. Was weiß ich schon. Kopf von Elfred Schlachtstier. Hm. Elfred. Immer wieder Elfred. Weiter geht's. War okay, der Kampf. Am Anfang musste man sich ein bisschen mit reinfinden. Mit den Angriffsmustern. Aber ansonsten war's okay. Aber ich spiel auch nicht auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, sondern einen darunter. Zumindest bei den Kämpfen. Weiß nicht. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ist noch ein bisschen höher zu machen. Obwohl, natürlich. Kann natürlich sein, dass ich dann frustriert bin, wenn ich zu oft wieder sterbe oder so. Ich weiß es nicht. Aber bisher geht's eigentlich nicht. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist eine Rolle. Was ist, glaube ich, da drinnen? Ne, ja. Komm ich da oben rein? Ne. Oh nein, das ist schon wieder eine Sage. Danke. Die sind immer so lang. Und vor allem sind die auch immer so wenig zusammenhängend, weil ich die ja nicht alle in der richtigen Reihenfolge sammle. Das ist ja jetzt schon wieder Seite 10. Der schwimmernde Bach. Medmark gesehen, verstorben, Späne zerschlagen, Späne von Yggdrasil. Jemand die Welt richtigstellen kann, okay. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich dran denke, gucke ich mir die Sagen später nochmal an, im Ganzen. Das wird dann wahrscheinlich ein, zwei Stunden gehen, die alle durchzulesen. Aber jetzt so würde mich das komplett aus dem Spiel rausreißen. Und das möchte ich nicht. Das ist dein Zettel, das kann ich schon erkennen. Gucken wir mal, wo der mich hinführt. So, warte, ich komme hoch. Du haust es schon ab, sehe ich. Wo willst du denn hin? Hm. Noch hab ich dich im Auge, ich seh nur nicht, wo ich hinlaufe. Das ist sogar ein bisschen doof. Ah, okay, nach da oben. Das kann ich jetzt noch nachvollziehen. Müsste nur ein bisschen schneller sein. Schneller! Hey, boah! War bestimmt knapp, aber irrelevant. Hab ihn. Okay, damit hätten wir die beiden Halbinseln hier fertig. Also Halbinseln, wenn man das Gebiet so einteilen würde. Das heißt, die kommen jetzt dran. Jetzt muss ich mich mal kurz umsetzen. So. Es geht voran, es geht voran. Ist halt ein bisschen langwieriger, wenn man versuch... Oh nein, ich hab schon hier nicht dran gedacht. Ist halt ein bisschen langwieriger, wenn man versucht, 100% zu machen. Aber ich ja egal. finde ich jetzt nicht so schlimm. Das sah eben komisch aus mit den beiden. Nein, Spiel, nicht abstürzen! Doch, Spiel ist abgestürzt. Es ist wunderbar. Okay. Da ist ein Bild. Konzeptgrafik des Tages. Ja, doch, ist okay. Hübscher als alle Bilder, die ich mache. Nein, schon wieder! Ich denke da einfach nicht dran! Ich will doch hier nicht hochklettern. So, jetzt aber bitte nicht nochmal abstürzen. Aber die Aufnahme läuft noch, der Stream läuft auch noch. Zumindest ist das nicht gestürzt. Jetzt kommt er da nicht hoch, oder was? Geh da hoch jetzt! Ey! Ey! Geh hoch! Und ich werde, falls ich den Punkt nochmal benutze, zum Schnellreisen, werde ich hundertprozentig wieder denselben Fehler machen und einfach runterspringen. einfach aus Lernresistenz. Es ist passiert halt. Ja, ist ja gut. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Eine Nebenquest, eine Hexerei. Da steht irgendwie, ne? Ich glaube, das wird auch eine Quest hinauslaufen. Ante Um ehrlich zu sein, Grisselt, je mehr du lögelst, desto mehr denke ich, wir wären besser dran, dich Abwand zu übergeben. ach so das war schon ich dachte kommt das noch was könnten wir das sein lassen ja mache so soll ich ihn hauen ist das deine tochter warum hast du sie gefesselt weil sie wegrennt wenn ich es nicht tue diese fremden mit ihren blöden fragen mein vater glaubt er fangt der schreckliche das teuflische see ungeheuer hätte unsere höfe überflutet mein opfer sollten besänftigen wir glauben nicht wir wissen gottfrey hat mit eigenen augen gesehen also willst du deine tochter in den see werfen in der hoffnung dass das und hier deine opfergabe annimmt er wird sie einfach ertrinken wenn du es so sagst klingt es natürlich irgendwie dumm seht da ist er er kommt aus dem wasser seht ihr nicht seine teuflischen flossen was genau meint er ist nix wenn ich du wäre würde ich fliehen dein vater ist irre danke aber solange nicht bewiesen ist dass dieser dämon nur treibholz ist dürfte ich trotzdem ein nasses grab finden meint er wirklich das treibholz sein sollte sich kaputt schießen oder was war denn mal kann ich es hier an der kerze irgendwie wie das überhaupt ich bin mir nicht sicher was ich jetzt machen soll ich springe aber mal rein hier ist nichts dann gucken wir mal ob wir was im was hier finden das ist also ihr seemonster ich werde etwas suchen das beweist dass es nur ein vork ist ach so das dürfte sie überzeugen das mädchen nicht anfangen zu opfern die hä aber wie geht das wie kann man denn so ein versunkenes schiff für einen monster halten ich mein das liegt doch da nur rum und war es nichts als treibholz euer seedämon war nur ein versunkenes schiff was aber das hätte ja jeder der schwimmen kann entdecken können nichts für ungut ich hab ihm gesagt dass da nichts ist aber er wollte nicht hören halt's mal du narr er meinte du nervst ihn tag und nacht beschwerst dich weil er trinkt und nennst ihn einen faulpelz vater du wusstest es dass da nichts ist und das war deine lösung um mich los zu werden du bist so schlimm wie deine mutter nichts ist jemals gut genug ich kann es nicht mehr hören moment eine aufwändige täuschung für so ein kleines problem das ist unverzeihlich du wolltest mich ermorden du verdienst wieder gutmachung fälle dein urteil und ich vollstrecke es danke fremder geh vater verlasse mein heim und mein leben deine taten haben mich zur weisen gemacht und wisse wenn du jemals zurückkehren solltest wirst du für deine schandtaten büßen komm griselt lass mich dein feld sein lebe wohl griselt frei von den missetaten deines vaters ist ein bisschen übertrieben ne wenn seine tochter ihm ein bisschen nervt weil er halt nur Mist macht die in den Fluss zu werfen ich weiß ja nicht war das damals vielleicht üblich macht man das einfach so naja war okay als neben Quest wir hatten natürlich schon ein paar schönere Nebenquests aber wir hatten auch schon welche die einfach nur noch komisch waren wie wir haben das rosa Pilz oder so keine Ahnung wo man einfach zwei alte Leute gesehen hat die auf einem Haus waren das sie offenbar selber gebaut haben haben sie gesagt aber es kann natürlich auch sein dass es irgendeinen geschichtlichen Hintergrund hatte den ich nicht verstanden habe den ich nicht verstanden habe sie hat und jetzt hier ist das hier in